Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 8.10.2020 und ich brauche eigentlich gar nichts dazu sagen, ich denke, Sie haben es gesehen, da ist irgendwas hängen geblieben. Also, auch wenn die ersten da über Bord gesprungen sind zum vorherigen Schlusskurs oder kurz vorher, ist hier zum Mittwoch nichts gegangen. Also, da ist wirklich sehr bedeckt gehalten, auf der Unterseite und auf der Oberseite eigentlich auch. Also, wenn wir mal jetzt so gucken, was wir ihm so nahegelegt haben, dann haben wir ja drüber gesprochen. Also, es ist ja nun nicht so, wie als waren wir nicht vorbereitet, dass er hätte auch was anderes machen können. A, kennen wir unseren DAX, B, haben wir es in der Analyse durchgesprochen, C, haben Sie es schon gesehen, als der Markt in den Handel gestartet ist. Dass eben aus diesen todsicheren Shorts, wie sie ja auch bei uns im Chat einige als Abendidee dann noch hatten, da unbedingt Short reinzugehen, weil das ja auf jeden Fall klappen kann, das hat es direkt um die Ohren gehauen halt. Also, letztendlich genauso, wie wir das gestern im Video erzählt haben, er hat oben gepusht, er hat nicht den Trigger nach unten, ist auf unserer Route geblieben und damit ist er auch noch auf unserer Route geblieben. Deswegen können wir es eigentlich kurz machen und hier einfach zumachen. Ich könnte hier einfach zumachen und einfach sagen, ist doch noch auf Kurs. Aber wir müssen jetzt so ein bisschen langsam auch mal ein paar Sachen ansprechen, die ja nicht ganz passen halt, ne? Wo glänzt denn, kann man hier wirklich mal fragen. Also, wo ist denn sein Problem jetzt? Nach oben raus, wir haben hier so eine schöne dynamische Vorgabe. Das ist unsere impulsgebende Welle gewesen. Normalerweise ist die dritte Bewegung, also die zweite Aufwärtswelle, ja, meist dann die tragendste, also die auch mit der meisten Dynamik, mit der größten Ausprägung, mit dem schönsten Punch, mit dem meisten Zug. Ja, also, das haben wir nicht. Das haben wir definitiv nicht. Möglichkeit wäre, er fächert es irgendwie auf, drückt es in die Breite, aber warum, wo klemmt es denn? Warum nicht 39 einfach oben raus? 13.000 und mehr, 13.000, ist da alles möglich gewesen halt, ne? Er stand hier schon, kam mit schicken Aufwärtsgap. Ich glaube, da hat er einige überrascht gehabt. Ich möchte auch wetten, hier sind einige direkt short reingesprungen. Ich glaube nicht, dass hier viele in die Long-Position gesucht haben. Und trotzdem ist es ihm fair gefallen, einfach die 69 zu überwinden. Ich sitze immer noch ein bisschen da und bin da ein bisschen... Warum hat er es nicht getan halt, ne? Er hat sich da einen Doppeltop gestellt, ist nicht drüber, hat sich nicht mal eine 89 geholt, nicht mal eine 13.000 geholt. Ist einfach von dort wieder runter, so. Als wir das gesehen haben, haben wir noch schon Premium-Dies geschrieben. Also so wie der drauf ist, bestimmt nur runter auf 8.45, von dort vielleicht wieder hoch auf 12.49 und irgendwie zur Seite raus. Letztendlich ist es das dann auch tatsächlich geworden. Aber wo ist der Aufwärts-Trend? Also, der hat das so schön ausgekontert. Ich finde das, ich bin etwas enttäuscht, muss ich sagen. Also, wenn der Dax das hört, ich bin enttäuscht von dir, Dax. Man sagt ja so, dass das dann dem vielleicht doch etwas wehtut. Vielleicht kitzelt es ihn jetzt ein bisschen raus, dass er hier mal ein bisschen rauskommt aus der Deckung. Aber da klemmt es noch irgendwo so. Und wenn was klemmt, wenn der Markt Scheu zeigt, dann ist er noch nicht bereit halt. Dann braucht er irgendwo noch ein Ereignis, was ihn auflöst. So. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier von der Bewegung her natürlich so ein gewissermaßen eine Patz-Situation, weil um zu fallen, fehlt ja auch nochmal ein neues Hoch. Um zu steigen, weiß nicht, was ihm fehlt. Vielleicht auch mal einfach nur ein schönes... Also, wir hatten ja auch Aufwärts-Gip. Also, bin etwas ideenlos, was ihm oben raus den Trieb geben könnte, den er braucht halt. Fakt ist, zum Donnerstag kann der Dax Übertreibung bringen, aber zum Donnerstag wird der Dax auch oft zurückgeschlagen. Und Otten nicht zurückgeschlagen, also eher so ein Hin- und Herschlagen. Das ist das Typische für den Dax. Den Dax zum Beispiel mal oben an der 12,980 zu sehen zum Donnerstag. An der 13,20 hier oben an der oberen Kante, die liegt jetzt schon nur noch bei 13,35. Das wäre legitim, 13 da einfach mal dran zu hauen, dann wieder zurückzuschlagen. Vielleicht nochmal auf den Bereich um 12,850 zurückzulaufen. Das wäre typisch Donnerstag. Sollte er aber direkt tiefer rein starten, ohne dass er oben diesen Schlenker macht, würde ich sogar eher sagen, dann vielleicht hier 12,810 Gap-Close zum Vortag. Vielleicht die 12,775 da mal kurz drauf und dann aber möglicherweise auch schon wieder dann der nächste Versuch oben raus halt. Das muss man zum Donnerstag einplanen. Das heißt, es wird zum Donnerstag eigentlich schwierig für unseren Dax, den Trend zu kriegen. Der Freitag wäre ein schöner Tag, um sich langzustrecken. Donnerstage sind halt üblicherweise eher... Die haben auch Feuer drin, aber die kommen zu stark oft zurück und das würde eher für einen Fehlausbruch sprechen halt. Aber vielleicht ist es auch genau das, was er will. Alle denken, es wird ein schöner Seitwärtstag und er macht einen langen Grüne oben raus. Fakt ist, über oberhalb dieses Kanals bricht die Flagge. Ob er langsam ist oder schnell, ob er blöd aussieht oder nicht. Wenn er über die 13,35 geht zum Donnerstag, ist er erstmal im Zweifel für den Angeklagten. Und das ist aufwärts, in den Ausbruch. Das heißt, geht er darüber. Ich, ganz ehrlich, ich glaube, wir schaffen das nicht mal. So wie der sich angestellt hat, ich glaube, ehrlich gesagt, wir schaffen das nicht mal. Aber sollte er es schaffen, sollte er über die 13,15 gehen, 13,35 gehen, ja, dann muss man theoretisch, also man sollte auch die Shorts reduzieren und vielleicht auf Long wechseln. Weil wir theoretisch, also wir kriegen hier nicht theoretisch, ich höre auf mit theoretisch, wir kriegen hier praktisch, wir kriegen hier auch definitiv einen Abwärtstrendbruch. Wir kriegen hier einen Flackenbruch. Und das heißt, der DAX aktiviert sich von hier, dann die Ziele, die hier oben wieder liegen. Das heißt, er aktiviert sich einen 13,450, aktiviert sich einen 13,200, einen 13,300, aktiviert sich den Gap-Kloss an die 13,100. Aber er muss es machen. So, und was fällt ihm denn momentan so schwer? Ihm fällt es schwer, dass wir von unten jetzt auf diese harte Zone anlaufen, die wir wochenlang von oben baggert haben. Können Sie sich noch daran erinnern, wie oft wir auf diese 13,20 von oben drauf sind und immer wieder nach oben weggeschlagen wurden, immer wieder auf 12,49 runtergeschlagen wurden und immer wieder massiv von dort hochgedrückt haben? Wenn wir hier nach links gucken, das alles hier, das die ganzen zwei, drei Wochen, die sind schuld, dass es den jetzt hier so ausbremst. Also, nur so kann man es sich erklären. Ja, weil von hier ganz oft nach oben raus das wieder gekauft wurde. Ganz oft so eine 9,40 immer wieder nach oben gekauft wurde. Hier, so eine Tiefs, das war alles hier drum. Das war alles 9,40 rum. Da, 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 da. Und hier, das sind dann, gut, das sind die späteren Zonen. Aber das, das, das war alles Zeit, die Volumen nach oben gedrückt wurde auf den Positionen, die wir jetzt von unten anlaufen. Und es wirkt einfach so, wie als dreht sich dieses Volumen aktuell noch um. Wie als gehen die raus? Die, die vorher hier die Longs aufgebaut haben, drücken es auf Short. Und deswegen fällt es dem Markt so schwer, auch wenn die Amerikaner zum Beispiel richtig schön stabil eben mal hochziehen, hier nicht mitzugehen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben zum Donnerstag eine, ja, was denn? Wir haben eine Spanne von 13,35 bis vielleicht 12,18. In der es sich austucken kann. Ich kann mir vorstellen, dass wir es mal unter der 12,8,40 probieren. Unter der 12,8,45 kann ich mir vorstellen, dass wir es mal über der 12,69 probieren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir beides machen zum Donnerstag. Überzeugt bekommt er mich erst, wenn er oben mit langen grünen Stundenkerzen raussteigt. Und umso, und da muss man wirklich aufpassen, umso länger die werden, glauben Sie mir, umso mehr wollen sie Short gehen. Aber das ist genau verkehrt. Umso länger die grünen Kerzen werden, umso besser wird der Ausbruch funktionieren. Das sollte einfach so sein halt, ne? Ja, und der kann dann echt auch Strecke machen. Da muss man aufpassen. Das heißt, wenn Sie lange grüne Kerzen, Stundenkerzen zum Donnerstag sehen, aufpassen. Ja, aber eben auch aufpassen, wenn er nicht so krass rausgeht und lange rote dann oben bringt. Oder unten, nachdem man hier zum Beispiel an der 12,8,45 war, vielleicht auch an der 12,8,10 war. Lange grüne Kerzen reindrückt. Weil das ist typisch für einen Dax, dass er dieses Hin- und Her-Spiel einfach zum Donnerstag macht. Ja, das heißt, wir können hier gar nicht so viel anpassen. Den Short Trigger können wir letztendlich da stehen lassen, weil kriegen wir da neue Tiefs rein. Kriegen wir hier neue Tiefs rein, bleibt es dabei, dass ein Dax wegsegeln kann Richtung 12,6,40 nochmal. Ja, dass sich dann hier vielleicht auch so eine Aufwärts-Trendlinie da anbockt, wenn man das jetzt hier so verbindet. Und wenn die dann bricht, 12,6,40 und tiefer, legitim. Dazwischen wilde Ausfuhrzone, wildes Gependel und eben diese Ausbruchschancen. Die ist und bleibt da. Ja, und das haben wir jetzt so lange durchgekaut und so oft besprochen, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Und würde damit auch sagen, wir machen das jetzt zu. Wir können auch kurz in den Tagesstadt reingucken, sieht super schön aus jetzt. Das ist nämlich eine schöne Vorlage. Die letzte Kerze haben wir gesagt, das ist eine Vorlage nach unten. Die Kerze, die zeige ich schön nach oben, klemmt aber auch hier ums mittlere Bollinger Band noch ein bisschen rum. Aber wenn man das jetzt hier so sieht, würde man schon sagen, Kursziel 13.100 jetzt zum Donnerstag möglich. Ja, und auf 2-Stunden-Chart ist es auch möglich. Es ist ja unsere Route. Also eine 13.100 zum Donnerstag, wenn er lange grüne Kerzen bringt, ist möglich. So richtig zutrauen tut es mir aber nicht. Ja, da würde ich auch ehrlich sein. Und ja, wir gucken mal. Also 13.100 ist oben so ein bisschen im Visier. 13.150, 13.100, so kann man sich das absprechen. Die 13.000, 13.20 wird wichtig. Aber man muss es, als wenn der von der 12.9.80 eine rote Stundenkerze nach unten wirft. Ich bin der Erste, der da auf die Shortest drückt. Ehrlich. Weil, mich überzeugt es nicht. Das ist zu träge, das ist zu langsam. Also, nicht nach der Vorlage halt, ne. Er fällt zwar noch nicht. Das wäre so ein Kriterium, wo ich sagen würde, okay, ab wann müsste man die Route vielleicht weglöschen, wenn er anfangen würde, markante, fette, rote Kerzen nach unten außerhalb unserer Route zu zeichnen. Das hat er noch nicht getan. Aber, irgendwas stimmt nicht. Also, ist zu träge. Der sperrt zu viel oben. Gerade die Eröffnung, das ist ideale Vorlage gewesen, um rauszuballern. Ideale Vorlage gewesen. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Für mich ein Zeichen ersperrt. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr aufmerksam, sehr kritisch. Und gucke mir genau an, wenn der an der oberen Kante wegdreht. Wenn er hier Neues hochmacht und den tritt es wieder runter. Puh, bisschen Short. Unten genauso natürlich auf die andere Seite. Wenn er unten Ausbruch macht und den tritt es wieder hoch. Long. Immer wieder in die Mitte rein. Dann wird es halt eine Range. Weil er trendet nicht. Er trendet hier. Also, die letzten Tage, er trendet einfach nicht mehr halt. Das hier, so wie er hier angefangen hatte, letzte Woche, Freitag, Montag, das sehen wir definitiv nicht. Ja, gut. Dann mache ich jetzt hiermit das Video zu. Und dann brauchen wir hier, denke ich, nicht erzählen. Drücke ihm die Daumen. Gutes Gelingen. Und dann gucken wir mal, was es geworden ist. Ich hoffe nicht, dass er dann bei 13.300 steht. Aber das würde mich, das würde mich, das würde mich zu sehr wundern. Also, 13.100, das halte ich für realistisch. Aber, ich, ehrlich gesagt, ich, mich würde das nicht wundern, wenn wir nicht mal die Flackenkanne durchstoßen. Zum Nächsten. Der einfach hier in seinem, in seinem Mittwoch drin rumschlägt. Mal oben ausbricht, mal unten ausbricht. Einfach hier drin rumschlägt. Das würde mich am wenigsten überraschen jetzt zum Donnerstag. Ja. Gut. Alles klar. Ich mache aus. Viel Erfolg. Bis. Morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.